Ich finde es super spannend, wie viele Leute hier sind. Um 9.30 Uhr war der Saal voll und die Leute waren wirklich alert, die haben zugehört. Die haben nicht irgendwie noch am Kaffee gerührt oder so, sondern die haben mich offen gezeigt für Neues, für sich, das Interesse für Immobilien ist da, auch jetzt in dieser Wirtschaftslage und das gefällt mir. Untertitelung des ZDF, 2020